Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. Dank unserem Partner Intervetten dürfen wir heute das zweite Video gegen die Jungs von Fly Alarmat Mirawaka drehen. Und Andi, erstes Video war nicht so gut, du bist heute raus. Ja, ich mache jetzt einen neutralen Schiedsrichter. Wir machen die berühmt-berüchtigte Five-Shot-Challenge. Das Coole ist, Tim und ich treten im Team an gegen Leo und Marlon und das Coole dabei ist auch, dass Jan auch einen Profi-Torwart als Kontrahenten hat. Das heißt, wir haben richtige Profis, mit denen wir uns messen können und Five-Shot-Challenge geht jetzt los. Wir starten rein. Let's go. Heute haben wir noch ein kleines Special und zwar muss jeder vor seiner Five-Shot-Runde einmal hier das Glücksrad drehen. Da haben wir dann so Sachen wie Beinschuss beim Torwart, beim 1 gegen 1, jetzt nicht zu laut reden, oder der Seitfalz hier beim Volley, also so kleine Hindernisse, die man auf jeden Fall in seinen Durchgang mit einbaut. Hier findet das Spiel statt. Ihr fangt mal an. Also ein Abschluss mit schwachen Fuß, aber egal welchen. Hast du einen Schwachen? Kannst du aus, ja. Ich bin beidfüßig. Kein Problem. Geh mal, Burschen, los geht's, hoppa! Uh, er nimmt den Linken. Jan, du bleibst stehen! Ui! Wow, Traumparade! Bravo! Super, Jungs! Bravo! Aber den hältst du nicht! Au! Aus dem Stadion raus! Na, es war 50-50. Es bleibt spannend. Elfmeter musst du lupfen, das 1 gegen 1 lupfen. Aber mach's das! Immerhin ist der Freistoß, weil das war auch noch dabei. Aber die Aufgaben sind eigentlich gut. Also es geht auf jeden Fall. Alles Gute! Oh mein Gott! Oh! Schade, war aber gut! Der war wichtig. Ja, Junge! Der Arme! Ein Flacher kommt noch! Ein Flacher kommt noch, klar! Sehr gut! Nein, Belmi, Junge! Vielleicht hast du schon am rechten Fuß, oder? Ja, aber machst du doch super! Sag's dir nur! Spielst du ja miteinander oder gegeneinander? Hast du den linken Fuß ausprobiert, oder? Hey, der ist doch super, der linke! Ja, aber der eine Abschluss war super! Aber für den Volley! Es werden noch schlechtere Flanken kommen im Laufe des Tages. Ich fühl mich nicht angesprochen. Wieso lacht ihr? Ich fühl mich nicht angesprochen. Elfer und 1 gegen 1. Das ist wirklich alles in der rechten Ecke. Alles in der rechten Ecke? Nein, nein. Alles in der rechten Ecke. Ach so! Ich dachte, alles in der rechten Ecke. Er hat schon eine Erbegepackt. Entschuldigung! Aber es ist machbar, oder? Ja, sicher! Auf jeden Fall! Vor allem der Erste! Boah, stark! Jan, komm, du bist drin! Ein Treffer nur bisher! Boah, stark! Komm, Jan, den hast du auch! Ja! Ja! Eins! Nur Felix! Drei zu zwei! Zwei Treffer, Elfer und 1 gegen 1. Haben wir gewonnen! Haben wir gewonnen! Den ersten Durchgang zumindest. Du weißt, Leo. Knapp vorbei ist auch daneben, gell? Ich muss ja neutral sein. Entschuldigung. Jawohl! Drei zu drei! Sehr gut! Oh! Vier zu drei! 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 Aah! Oh! Das sieht gut aus진짜! Ja campaigner! Ja, leicht berührt hat. Egal, die Führung ist da und wir gehen jetzt ganz entspannt in den zweiten Durchgang. Wir haben jetzt ein bisschen locker gemacht, jetzt Leon und ich werden ein bisschen aufdrehen. Jetzt gucken wir mal. Viel Glück. Seid verzieht, das ist gut. Furchtet sein Trainer. Das ist meiner. Seid vollzieherst drin, wenn die Flanke gut kommt. 3 zu 4. Kein Druck mal an. Gehen wir, Burschen, die Freak-Kickers liegen vorne, jetzt müsst ihr ein bisschen nachziehen. Komm, hopp, gehen wir. Fokus. Super, Jan, Junge. Geil. Gut noch gerettet. 4 zu 4. Super, Jan, Junge. Geil. Ja, 5 zu 4. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Ja. Ja, der hat mir noch nie so wohl geschossen. Das gibt's nicht. Der ist Kameragel, der hat noch nie so wohl geschossen. Das gibt's nicht. Stark, Junge. Richtig gut. Okay, Tim, Junge, wie viel führt ihr? 6-4? Und Tim? Zwei Kontakte bei Volley. Das liegt auch an mir, wie die Flanke kommt. 4-6. Ja, Junge, stark, Tim! 5-6. Ja, ruhig bleiben. Ja, sehr gut. 6-6. 7-6. Ja, sehr gut. 7-6 für die Freekickers. Das ist richtig spannend hier. Leo, du musst performen jetzt, gell? Du sagst im Torwart vorher, wo du in den Elber hinschießt. Ja, Leo, ich glaube, du schießt in die Mitte, boah. Und dann, Mitte ist viel, boah. Schieß in die Mitte. Ja, bumm. Nein, du sagst, du schießt rechts. 7-6 für die Freekickers. Wer mit? Wir schießen wieder nachher auf. 6-7. Gehen wir. Leo, Junge! Komm, komm, komm. Ui, macht er stark. Bravo, Leo. 7-7. Die Katze im Tor hat alles gerettet. Ich hoffe, irgendwas Torwart tunneln bei jedem Schuss, sowas. Das wär top. Jeden Schuss mit dem Kopf. Dann habt's ne Schaas. Jeden Hauptschluss mit dem Kopf. Ich bin gespannt. Ich muss alles, wie du, in die rechte Ecke schießen. Das ist in Ordnung. 1 aus 5. Das sollte nochmal machbar sein können. Es steht jetzt 7-7. Ich muss zwar 11er, Freekick und 1 gegen 1, alles in die rechte Ecke. Ja gut, aber jedes Tor macht uns jetzt hier zum Gewinner. Von daher, das muss das Ziel sein. 7-7. Letzter Schütze. Alle Vorteile bei den Freekickers. Im Fußball ist alles möglich. Wie sehr. Aber ich glaub, mit seinen technischen Qualitäten wird's brutal schwer für meine Jungs, dass sie das Spiel noch gewinnen können. Wenn du den holst, dann hast du die Chancen. Dann hast du alle Chancen. Dann schnell rauszukommen. Zack. Ich tauchen. Ohne Druck, gell. Dann hast du den Sieg am Fuß. 7-7. Gehen wir, hopp. Ja, Junge. Scheiße, Alter. Sehr gut. Technisch sauber. Das ist dein Ernst, Junge! Junge, ich hab mir fast das Bügeleisen gebrochen hier. Elfmeter war schon Mitte. Egal. 10 zu 7. Das war noch nie so einfach. Danke, Leo. Pommes kriegst du gleich. Leo hat uns verkauft. Leo hat uns verkauft. Ich möchte eins noch dazu sagen, ich muss meine Spieler ein bisschen in den Schütz nehmen. Leo hat das Glücksrad nicht ganz verstanden. Er hat glaubt, er muss immer auf die Stange schießen. Am Pfosten, wie man in Deutschland so schön sagt. Ich gratuliere an die Freekickers. Hat echt viel Spaß gemacht, wenn man sieht, dass ich technisch eine sehr, sehr hohe Qualität habe. Jungs, wir gehen jetzt jeden Tag dreimal trainieren. Die Niederlage muss natürlich Folgen haben. Das ist ja logisch, Marlon, oder? Den Fehler kann man ja auch lernen, ne? Ja. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wir sind auf jeden Fall happy, gewonnen zu haben. Vielen Dank an euch und an den Vereinen und natürlich auch an unseren Partner Interwetten, dass das Ganze möglich gemacht wurde. Ansonsten bleibt sportlich und gesund. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao. Alles Gute, ciao. Nein, ich lebe nicht. Das ist für ihn ein bisschen freundlich. Wir sind ein Misswurst. Aber das ganze Video war für ihn auch feinlich. Nee. Komm, wir gehen. Wir gehen.